Und da sage ich auch, es nützt nichts, wenn wir immer sagen, wie kaputt wir sind. Das ist nicht meine Mentalität, das ist auch nicht meine Idee, sondern es geht immer irgendwas. Und ich sage mal, auch wenn man müde ist, kann man Topleistungen abrufen, dann geht es vielleicht nur 60 Minuten. Und das muss jeder auch bringen. Und wir haben zum Glück auch morgen dann wieder fünf Möglichkeiten auszuwechseln, deswegen müssen wir das auch geschickt und gut machen. Aber nochmal, egal wer spielt, sind wir immer in der Lage, auch den Gegner zu schlagen. Und das muss jeder, auch den Gegner zu schlagen.